Mit der 25, James! Mit der 28, der Neue, Daniel! Und das war kommend ist mit der 30 in der Startelf, Fabian! Die umfassende Part bei den Feinchen wie folgt mit der Nummer 1 Pascal Grünwald, mit der Nummer 26 Ivan Kartun, mit der Nummer 2 Sebastian Willmann, mit der Nummer 4 Kaja Rogul, mit der Nummer 5 Lukas Rothpuller, mit der Nummer 7 Darek Hörsic, mit der Nummer 10 Alexander Grünwald, mit der Nummer 11 Thomas Juhn, mit der Nummer 16 Philipp Hosiner, mit der Nummer 17 Florian Marder, mit der Nummer 20 Alexander Gorkon und mit der Nummer 27 Emil Dillauer. Heuer herzlichen Applaus für unseren neuen Co-Trainer, Röne Poms! Und eine Begrüßung für unseren Chefcoach, Nenad Bielitzer! Röne Poms! Röne Poms! Röne Poms! Röne Poms, Cypatre-Premierer von Al-Anne-Maria! Röne Poms! Röne Messer! Röne Messer 1 Carl1 Zirr-Dführ 0 Er Word $ Röne Pengier! Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, das war's. Ja, das war's. Hallo. Ist es die Wahl? Ja, mit dem Ball. Ja, mit dem Ball. Ja, mit dem Ball. Ja, mit dem Ball. Okay. Gut, gut. 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 Ja, ja. Ist gut, ja. Einfach spielen, konzentriert spielen, damit wir viel reden miteinander und genießen wir das Spiel. Das ist ein geiles Spiel. Letztes Jahr haben wir gewohnt, wir sind am Master geworden. Jetzt gehen wir es an. Geh' mir! Geh' mir! Geh' mir! Geh' mir! Geh' mir!